Der neue Alfa Romeo Stelvio ist das erste SUV in der Historie der 1910 gegründeten Marke. Der Modellname Stelvio ist ein Hommage an den höchsten asphaltierten Pass in den italienischen Alpen. Die Strada Stadale 38 dello Stelvio bietet auf den entscheidenden 20 Kilometern rund 75 Kehren, atemberaubende Ausblicke und stellenweise mehr als 7% Steigung bis hinauf zur Passhöhe auf 2758 Meter. Der neue Alfa Romeo Stelvio wird zum Marktstart mit zwei leistungsfähigen Motoren angeboten. Einem 2 Liter Turbobenziner mit 280 sowie einem 2,2 Liter Turbodiesel mit 210 PS. In Deutschland wird der neue Alfa Romeo Stelvio in zwei Ausstattungsvarianten zur Verfügung stehen. Stelvio und Super Bereits die Einstiegsversion bietet unter anderem 17 Zoll Leichtmetallräder, das Infotainmentsystem Alpha Connect mit einem Bildschirm von 60,5 cm Diagonale und dem Kollisionswarnsystem mit automatischer Notbremsfunktion und Fußgängererkennung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.